Freunde, heute hier am Freitagnachmittag sitze ich in meinem schönen Garten. Die Sonne scheint und ich habe gerade eine Dokumentation über Jürgen Klopp gesehen. Da ist mir so ein interessanter Gedanke gekommen, den ich einfach mal in so ein Bild packen will. Schau, viele Menschen stellen uns die Frage, warum findet man so unterschiedliche Informationen zu ätherischen Ölen? Die einen sagen, das darf man, das darf man nicht. Innere Einnahme, ja, nein. Verdünnt und verdünnt auftragen und vieles mehr. Ja, so, wenn wir jetzt mal so eine kleine gedankliche Reise machen, wir würden jetzt zum Herrn Klopp mal nach Liverpool fliegen. Ja, der hat die Champions League gewonnen, der ist vielleicht sogar Öl-Fan und auf dem Weg ins Stadion zu ihm kommen wir an so einer kleinen Bücherei vorbei und holen uns schnell noch ein Buch über die britische Aromakunde. So, und jetzt haben wir ein cooles Gespräch mit dem Herrn Klopp. Wir lassen ihm ein Öl da, der ist total begeistert von der Zitrone, weil es seine Stimmung nochmal einen Ticken nach oben bringt. Und aufgrund dessen sagt er uns, wisst ihr was, ich habe das so cool empfunden mit euch. Ich habe hier eine Empfehlung. Der Herr Tuchel ist Trainer bei Paris Saint-Germain in Paris. Besucht den doch auch mal, erzähl dir mal ein bisschen was über die Öle. Und jetzt fliege ich nach Paris und bevor ich den Herrn Tuchel treffe, komme ich auch an einer kleinen Bücherei vorbei in Frankreich und hole mir dort auch noch ein, zwei Bücher über die französische Aromakunde. So, und habe natürlich auch mit Herrn Tuchel ein schönes Gespräch, alles gut. Wir kehren zurück nach Deutschland und jetzt schaue ich mal an, was in diesen Büchern tatsächlich drinsteht. Und Freunde, wisst ihr was? Wir werden feststellen, dass wir dort total unterschiedliche Informationen haben. Die britische Aromakunde sagt zum Beispiel, bitte Öle nur unverdünnt anwenden, maximal 5% Essenz, das andere Fettöl. So, die Franzosen, geprägt durch Garde Fossé im letzten Jahrhundert, Valnet, das waren Ärzte bzw. Wissenschaftler, die sich über Jahrzehnte mit Aromen und entsprechenden Essenzen beschäftigt haben, sind zu eindeutigen Erkenntnissen gekommen, jawohl, die kannst du anwenden, auf der Haut unverdünnt, die kannst du innerlich anwenden und sie sind sehr, sehr unterstützend und hilfreich. So, wenn du diese Hintergründe nicht kennst, wo welche Erfahrungen herkommen bzw. wie sie geprägt sind, hast du kaum eine Chance zu verstehen, wenn du irgendwas im Internet liest bzw. wenn dir Menschen irgendeine Frage stellen oder vielleicht sogar Aussagen um die Ohren hauen. Das nenne ich immer das Wissen hinter dem Wissen, das du haben solltest, damit du für dich sicher wirst und vor allen Dingen auch gute Informationen an andere Menschen weitergeben kannst. Deshalb vertrauen wir einem Hersteller, der sich seit 25 Jahren bekannt hat zur besten Qualität, die im Bereich der ätherischen Öle möglich ist und gleichzeitig übrigens auch die entsprechenden Öle für die innere Einnahme zugelassen hat. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, einfach nur nochmal am Rande. So, wenn dir das gefallen hat, wenn dir das genutzt hat, dann sei so gut und gib uns hier den Daumen bei YouTube, teile das Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns in Kürze schon wieder, wenn es wieder heißt Oil Up Beer Live. Macht's gut und schönes Wochenende.